das wir uns heute noch und ich noch nicht fest das alles für rohmaterialien Und eine chest für anderes Zeug Ja das sind die Blöcke Und in die andere kommen dann gecraftete Sachen Hier kommen die Pflanzen hin Heder Nee, wir crafteten so Warte mal So, weiter So, jetzt sag's mal das, das Das ist eine vier schickere Bromplatte Spitz Ja Wie vielmals hab ich noch Falsch Ähm, drei Brauche ich mir ein paar Sticks draus Ich brauche jetzt nur ein paar Spitzhangen unbedingt Also ich geh jetzt schon in meine Ordnung verloren What? What? So Warum brauche ich keine Schwerter? Weil ich eins hab! Ja, ne Ich brauche unbedingt ne Eisenspitzhacke deswegen Ich brauche unbedingt ne Eisenspitzhacke deswegen Ich brauche unbedingt ne Eisenspitzhacke Ich brauche unbedingt ne Eisenspitzhacke Ich brauche unbedingt ne Eisenspitzhacke So Lass es Was? Was ist das? Oh 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 What? Oh 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 also alle alle können das gegeneinander geil sie aus der Bescheidplatte nee alt so soll es sich auch kein Schwert pissen hier ist mein Haus ich werde verfolgt F*** euch das war das abgefucktestste Battle ever ich habe jetzt eine Schallplatte kein Schwert Pfeile wahrscheinlich Spitzke weniger na ich suche gleich mal weiter die Flasche soll ich erstmal nehmen das kann ich erstmal hier hinpacken das ist nicht genug Pfeile äh, soll ich mal nicht das ist ich muss nicht 3 3 3 2 3 3 3 3 4 in die Luft die Stellen sollten nicht nichts verloren gehen in nichts wir sind noch ja die andere Spitzer kommen an der Stelle ja ja verbrenne doch ja und das war's das war's wir uns nie Prozent Prozent es nervt wir sind Sachen jetzt wieder die Welt ist verpackt wenn er das kommt dann aber richtig achte die Spinne sollte jetzt freundlich sein ja ja auch mit den komischen Geräuschen Polenberg es ist noch zu heftig ich spiele auch normal Tut mir leid, du besitzt Seile und du bist eine Gefährdung für die Menschheit. Er hat keine Seile gedroppt. Fail. Naja. Letztes Mal ich habe genug Fleisch gehabt. Was? Fünf verfickte Kühe auf einmal. Warum? Ich habe mich gesehen, nein, noch nicht. Nein, jedenfalls weiß ich, warum die Gegner so extrem sind. Ey, Weltverpacktes. Danke. Danke. Alter. Danke. 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 Ja, gut. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen ... Ich will die Höhle erkunden. Das brauch ich.